Jo, guten Morgen Kanal, es ist RDLP hier und heute kommen endlich die exklusiven Infos zur Kanalmitgliedschaft auf RDLP. Es wird ab jetzt verfügbar sein, ihr könnt jetzt offiziell ein Waschpulver VIP werden für nur schlappe 99 Cent. Ja, der absolute Hit. Ich weiß ja, der Preis ist ein bisschen happig und kostet fast so viel wie Uncle Ben's Reis, aber hey, das war das kleinste, was ich hier auswählen konnte. Ich wollte ja eigentlich auch für 999,99 Euro was machen, aber das hat YouTube leider nicht zur Verfügung. 99 Euro ist das Maximum, aber ist auch besser so, weil nachher hätte es echt noch so einen Verrückten gegeben, der sich die Waschpulver Extra VIP Rolle für 999 Euro gönnt und das hätte ich auf keinen Fall verantworten können. So, welche super krassen Vorteile werdet ihr haben? Also als erstes seid ihr natürlich absolut VIP, was Waschpulver angeht und dann bekommt ihr ein exklusives Logo. Oh ja, ich glaube das steht dann vor eurem Namen, wenn ihr in meinen Stream kommt und spammt oder keine Ahnung. Und ihr bekommt sogar noch Emojis, die ihr wahrscheinlich dann in den Chat posten könnt. Ich hoffe es. Und die habe ich alle selber erstellt und das sind die. Also ihr habt einmal ein Paimon Emoji, das darf natürlich nicht fehlen. Das Ganze nennt sich glaube ich HeHe. Dann natürlich ein Tee trinkendes Emoji mit Kakuya drauf, das muss natürlich auch sein. Dann ein Weep Emoji, das darf hier auf RDLP dem absoluten Weep Let's Play Kanal natürlich absolut nicht fehlen. Und das Wichtigste zum Schluss natürlich ein Waschpulver Emoji, was ich super toll mit Paynet erstellt habe. Also wer sich da nicht die Kanalmitgliedschaft holt und ein Waschpulver VIP wird, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Ich weiß der Preis, das habe ich Leute, aber guckt euch dieses krasse Emoji an, mit dem ihr dann da hantieren könnt. So, mehr habe ich gar nicht freigeschaltet, man kann noch viel mehr machen. Man kann zum Beispiel, dass Mitglieder bestimmte Beiträge nur sehen können oder dass bestimmte Mitglieder nur Videos sehen können und so weiter. Aber das mache ich alles nicht. Also ja, man hat quasi nur diese Emojis und ein Logo und ich wollte das ja eigentlich hier auch gar nicht machen, aber ihr habt mir immer wieder Nachrichten geschrieben und deshalb habe ich jetzt, ja, diesen 99 Cent Kram hier gemacht. Und ja, ich muss das noch zu Ende einrichten, aber das wären erstmal so die Infos dazu. Also ihr müsst das absolut nicht einrichten. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr diese Emojis hier zukünftig in meinen Chat spammen könnt, aber alles cool. Alle Abonnenten sind natürlich schon Waschpulver VIPs von RDLP, das ist ja klar. Ja, und ja, noch eine kurze Info zur Werbung, da hatte ich ja noch gar nicht so richtig was zu gesagt. Ja, die Waschpulver Werbung ist immer noch nicht da, das liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie nicht freigeschaltet wurde oder so. Das wollte ich sogar, obwohl meine Videos zu Grütze sind, sondern weil, ja, ich habe halt nur, also ich bin ja immer noch ein kleiner YouTuber und ich will die Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, jetzt auch nicht mit Werbung dazu spammen für ein paar Euro. Und ich finde, das lohnt sich, also das muss jetzt einfach noch nicht, Leute. Ja, also, keine Ahnung, dass ich da jetzt irgendwie die ganze Zeit Werbung schalte und ja, weiß ich nicht. Also das muss nicht sein. Ich möchte nicht, dass ihr euch da irgendwie so ganze Zeit mit Werbung voll gespammt werdet bei Abenteuer auf dem Reiterhof oder so. Und deshalb mache ich jetzt erstmal noch keine Werbung. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, aber jetzt auf diesem Niveau hier Werbung zu schalten, ist mir ja nervig, als dass es sich wirklich lohnen würde. Und deshalb kommt es erstmal keine Waschpulverwerbung. Ich werde aber nochmal ein Video so richtig, ja, alle 5 Sekunden Werbung mäßig da reinknallen, mäßig, was? Der deutsche Satz hat da keinen Sinn ergeben. Ich werde nochmal ein Video machen, wo ich alle 5 Sekunden Werbung reinschneide, nur damit ich euch richtig nerven kann. Und das war es dann auch wieder mit Werbung. Also, ja, das wäre erstmal die Info zur legendären Kanalmitgliedschaft. Werde dein Waschpulver-VIP und postet ganz krasse Emojis in den Text. Bis dahin, R.D.L.P. Ich nehme jetzt weiter Abenteuer auf dem Reiterhof 5 auf, weil das soll jetzt endlich mal durch sein hier. Ja.